cute baby miley der kanal für kinder hallo hallo sagen so hallo hallo heute machen wir meine violetta bettlisch auf wo meine mama und ich im kaufland waren einkaufen stellen wir man darf sie nicht ins müll schmeißen wir haben hier eine violetta bettwäsche sie war im angebot und die miley hat doch eins bekommen man hat gleich mitgenommen wir überziehen dem bett gleich jetzt lege ich mir mein bett und jetzt habe auch ein violetta bettwäsche ausgeprägt so sieht die violetta bettwäsche aus miley lass den kissen mal sehen das ist das kissen wunderschön gefällt mir miley liegt immer noch drin wenn sie aufsteht zeige ich euch die decke von der anderen seite so sieht die decke von der anderen seite aus wenn man sie umdreht mit vielen noten und herzchen zeig mal das kissen von der anderen seite alle von der anderen seite genau disney violetta cool da steht i love violetta liebst du violetta miley so bisschen es wird immer mehr nach oben ok das ist miley neue bettwäsche im angebot wenn ihr wollt könnt ihr die auch haben wenn ihr gut guckt jetzt noch gibt zumindest jetzt ist nacht und jetzt laufe tschüss